so herzlich willkommen in einem in einer neuen runde von nicht was bin was wandelt in der dritten aufnahmesession weiß ich gar nicht also der letzte part war auch eine neue aufnahmesession ist mit inbegriffen muss mir gerade mal ein timer stellen warte mal ich finde es mir besser weil ich mache das stoppuhr weiß ich wenigstens wie lange ich aufnehmen so wir werden jetzt erst mal das auto wechseln dann haben wir eine schöne aufgabe gleich ich habe doch 20 20.000 wieder kann ich mein auto aufbrezeln ich weiß das gar nicht ich muss mal gucken habe ich komplett aufgebrezelt ich weiß es nicht aber wenn ich so eine spielereien mit dem tacho machen dann werde ich so aufgebrezelt haben also rein motor technisch und naja ich guck mal nach getriebe nein ich guck mal nach geh nicht weg timer ich brauchte ich noch so weil ich mache das ja besser in die und die gehen ja 12.000 knapp alter knapp das ist krass ich meine nitro ist jetzt nicht so braucht man jetzt nicht so dringend bis dann habe ich alles cool das freut mich doch gut dass ich noch mal eingegangen bin so gut dann machen wir mal kopf geld wie viel habe ich an dem auch eins das ist ja super nehmen wir mal die polizisten eher gern das mache ich ja so gerne und ich hoffe ihr seht mir gerne damals ich feiere das immer noch vom vom letzten part sich wie ich den boden vorne reingeballert bin das hallo kommst du mal her junge hallo danke das war ungewöhnlich aber naja ja ich begehe sachbeschädigungen die aber auch dass sie nicht dafür belangt werden muss ich verstehe ich nicht jo sauber ihr habt mich ich hab dich junge wir fangen mal zu suchen dass die brille auf den such dann findest du wieder und zwar schrott am straßenrand h serien lang nein ich hab eben keinen polizei auto geschrottet das sollte ich mich hüten polizeiauto zu spotten weil naja viele sind sie habe ich ja nicht die mich so, die einen so verfolgen können. Was, so schnell? Alter, wie schnell geht denn das mit Alarmstufe 2? Der hat doch Stufe 1 erst noch gehabt. Krass. Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Ich bin vor deiner Schnauze, Junge. Mach die Klüsen ob. Halt! Ja, fahr außenrum. Oh, du bist so ein Honk, ey. Komm doch mal her, Junge. Komm her. Kommt nicht wahr sein. Ist ja unfassbar. Wieso nicht Zweiheiten, denn hab ich mehr. Hahaha. Zweiheiten sind aber besser, ne? Nicht Einheiten, oh ja. Ja, dann besorg dir doch Zweiheiten. Da hast du mehr. Oh, schau. Eine Minute 27, so noch warten. Junge, komm her. Boah. Die sind so bescheuert. Die sind so bescheuert, ey. Ganz ehrlich. Die machen mehr Unfälle als ich. Und ich mach die vorsätzlich. Das ist unfassbar. Bam. Weiß ich, ich mach die Unfälle extra, weißt du. Baaah. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Jo. Das meiste so, ne? Wir versuchen was anderes. Er ist ein Tisch. Sind wir auf Köln-Reihe. Hast du schon wieder dreimal in die Schüssel geschissen? Ah, Alter, das will ich nicht wissen. Junge. Er hat gerade meine letzte Unterstützungseinheit ausgeschaltet. Wenn du gerade keine Goldbarren scheißt, ist mir das egal, wie viele Briketts du in die Schüssel bretterst. Wie ekelhaft. Geh auf Köln-3 und steuere eure Position an. Sierra 1, wir hängen uns direkt dran. Alter. Dass sie immer dreimal in die Schüssel brettern müssen. Und das über Funk sagen müssen. Und das im Auto. Ich will nicht wissen, wie der Sitz aussieht. Wie ekelhaft. Er hört mich an. Versuche 10, 59. Haha. Der ist voll gegen Dings gebratzt. Jetzt kann ich dir auch schrotten, die Dinger hier auf ist. Geh nicht. Mist. Ih, du nährst dich von hinten, Bahn. Du nährst dich von hinten, das will ich aber gar nicht. Hast du wohl im Gefängnis abgeguckt, wa? Hahaha. So. Oh, vier Straßensperr im Räumen nur noch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das macht ein bisschen viel Spaß einfach. Das sind sieben Minuten. Krass. Ich dachte, die Brotter länger führ. Na ja. 10, 4, Delta 21. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Tschüss. Autsch. Das hatte ich selten. Genauso selten, wie man 5 Euro im Auto draußen findet. Hihi. Fährt er doch glatt gegen LKW, weißt du? Die sind bescheuert als ich. Ganz ehrlich. Könnt ihr mir einen Situationsbericht geben? Ich mach das vorsätzlich. Ich mach das extra, um Geld zu kriegen hier, aber... Nein! Verdammt. Ich wollte ihn reinberettern. Ich hasse Kurzei-Aubes. Zumindest in dem Spiel. Die mach ich gerne Schrott. Falls man das noch nicht gemerkt hat, ich weiß auch nicht. Dann kommt noch mal eine Straßensperre. Wär sehr nett. Sag mal, könnt ihr mir auch mal eine Straßensperre spendieren? Wäre das eine Option? Wie lange kam hier denn keine Straßensperre, bitte? Ich hab nur zwei Verfolger, Junge. Und keine einzige Straßensperre. Obwohl, noch vier brauche. Ich brauche. BAM! Er hat uns gerade passiert. Er ist in den ersten Stelle gefahren. Ach, auch schon gemerkt? Wir haben die Strecke von dem Verdächtigen abgesperrt. Ja. Schön. Macht es. Was willst du denn? Hier wird nicht gekuschelt. Hier, BAM! Jetzt kuschel ich immer. Und wenn ich kuschel, dann... ...weißt du Bescheid. Dann gibt's Arschgranaten. So. Wow. Ach, Alarmschrufe 3 schon. Autsch! Wow. Das war krass. Sollte man aber nicht machen. Das kann manchmal fatal sein. Wow. Wow. Richtiges Fahrzeug identifiziert. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Verdächtiger ist weiterflüchtig. Jupp. Schickt mir eine Verstärkung. Er hat gerade meine letzte Unterstützungseinheit ausgeschaltet. 15. Hey. An einem Schrufe 3 schon diesen Krach... Schon knackiger. Ich bin nicht dran. Zumindest, äh... Guckt mir das so vor. Autsch! Und... Juhu! Juhu! Zentrale, wir haben gerade gesehen, wie der verdächtige Wagen durch die Luft geflogen ist. An alle! Seid vorsichtig, der Typ nimmt keine Rücksicht. Buh! Ähm... Er ist durch die Straßensperre gerast! Verfolgeeinheiten auf eurem Bildschirm könnt ihr sehen, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht, ihn uns in die Arme zu treiben. Ja, ich komme auch gerne in die Arme. 159, bei der nächsten Gelegenheit ist... Hashtag Umarmung. Hm. Hashtag Umarmung. So. Wurde eigentlich schon mal wieder Code 3 gesagt. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Jetzt kann ich erfahren, wie ich möchte. Hm. Aber die gehen mir so schlecht kaputt, die... Ähm... Die Level 3-Dinger. 1075, fahrt vor und haltet euch bereit zum Zugriff. Hm. Nein, 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 nein. Nein! Scheiße. Code 4, Verdächtiger ist verhaftet. Sieht ihr das auch mal? Ah, Mann, ey. Nö, das muss ich eine Verstöße bezahlen. Geht, zum... 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 die gegen deinen Wagen verhängt wird. Wenn du nicht gegen Geld oder das Symbol hast, konfessiert die Wagen. Du hast halt deinen Wagen. Ich hab vier Stück. Okay. Naja, ne? Alter, ich muss... Scheiße. Ich mein, ich könnte jetzt cheaten. Ich könnte eigentlich den Speicherstand laden, aber... Mach ich das? Ach, weißt du was? YOLO. Ich lass es so und dann, äh... Ich muss meinen Wagen tunen. Kann ich gar nicht. Äh. Leute, Entschuldigung. Ich kann den Wagen nicht tunen. Ich muss kurz pausieren und das Spiel neu starten. Bis gleich. Oder wird das gespeichert? Ich weiß das gar nicht. Ich guck mal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich muss grad mal gucken, wie viel Level... Was ist er an der Level hat? Ja! Ein Level. Cool. Hat geklappt. Schön. Ja, heult jetzt nicht rum. Ist kein Cheaten. Ich... Es ist nur eine Notlösung, weil ich kann den nicht... ich kann den weder umfärben, noch kann ich irgendwie Teile kaufen. Bin ich am Arsch. Das tut mir leid. Na, da... Kann ich jetzt leider nichts ändern. Nein. Nun müssen wir jetzt noch mal... Leider noch mal das machen. Hallo. Kommst du mal her? Junge. Schon wieder sowas. Alter. Soll ich jetzt einen Kaffee trinken? Ne. Ja, fahren wir rein. Ja, es tut mir echt leid. Ich... He... Ich meine... Na gut, ich mach's gerne. Also hier, ähm... Polizeiverfolgung und so. Mach ich echt gerne. Das feier ich bei Lost Wounded auch... ungemein ab. Macht halt Spaß. Autos... Polizeiautos zu schrotten. Und... abzudrängen. Obwohl ich es nicht geschrottet habe. Wieso hinter ihm? Du bist vor mir, du... Du bist vor mir, Junge. Was eigentlich gut ist. Kann ich... Nein, ich fand nicht akkrieg. Aggressiv. Ich fahre nicht aggressiv, nur um die Bullenkapuz zu machen. Nein. Das denkt ihr von mir. Hör jetzt nicht ab. Versuche bei ihm zu bleiben. Ja, Alter. Komm mal in der her, Junge. Autos 6, kein Sichtkontakt mehr. Melde mich später. Aber wie, vergesst meine letzte Meldung. Ich will nicht wissen, dass du dreimal in die Schüssel geschissen hast. Hör auf damit, das zu sagen. Das ist ekelhaft. Das ist widerlich, Junge. Jetzt Alarmstufe 2. Komm her, Junge. Du bist geschrottet. Nein. Das war auch geil. Hab ich den voll... Bin ich den voll zwischen die LKW und Dings gequetscht einfach. Oh, Straßensperre. Schön. Bäm. Ja, macht es. Macht es. 1042, mit einem LKW. Ich geh ran. Stand by. Mann, ich hab kein Nitro mehr. Das ist scheiße. Verdächtiger ist gerade an uns vorbeigereist. Gehen auf Code 3. Vorbei? Vorbei? Ich bin hier richtig in die Seite gebrettert, Junge. Kufft in die Brille. Das merkt man doch, wenn jemand in die Seite fährt. Wie viel belötet muss man sein, bitte. Bitte meldet eure aktuelle Lage. Boah, den muss, glaube ich... Ich muss bald einen Schnitt setzen. Also bis 25 mach ich noch. Sonst gibt's... Sonst gibt's Black Screens. Wenn ich die Parts langer mache. Ich meine, ich könnte euch jetzt mit technischen Details zusülzen, wie ich jetzt die Videos rendere. Wie ich die mache. Aber... Warum... Warum ich das nicht so lang machen kann? Waaah! Nein! Ja, das weiß ich. Wer hat meine Straßensperre errichtet? Lass mich durchkommen. Nein! Hier wurde ja eigentlich nicht lang. Zählt weiter! Bravo 32. Bin er nicht dran. Ist noch jemand verfügbar? Ich habe gerade meine letzte Einheit verloren. Ja, dann fang die doch an zu suchen, Mann. Such deine Einheit. Wenn du diese brauchst. Wenn ich mein Handy brauche, dann suche ich's auch. Wenn ich's nicht finde. Nein, der hat erzählt. Trag nicht ein. Ich bin direkt dahinter. Den habe ich voll geschrottet. Wieso? Joa, ist doch nicht meine Schuld. 100, 100! Na gut, ist doch meine Schuld, weil ich hier mitten reingebreddert bin. Ich meine, diese Billigautos aus dem Aldi, weißt du? Deswegen sind die auch so... Das sind kosten die 10,33, wie er gesagt hat. Und, äh... Ich hab's schon wieder eingeschrottet. Ich... Ich find das so geil. Oh, Mann. Wenn das hier so geil wäre, ne? Dann würde ich mich ärgern, dass ich das hier nochmal machen muss. Hallo? Hallo? Nein, ich versuche nicht die Autos zu schrotten. Gegnerisch. Nein Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt Ja, mach das Ich mag nämlich die dritte Stufe nicht Autsch Ja, fahrt mitten rein Zu stillen? Du willst mich stillen? Ich habe stillen verstanden Stillen würde mich sehr Wäre ekelhaft An so einer Männerbrust will ich nicht gestillt werden Kommt nur Blut raus Oder andere Flüssigkeiten Nein, ich gehe nicht drauf ein Das ist ekelhaft Hallo Wie am Telefon oder was? Aua Alter, meine Stoßstange Kann doch mal Rücksicht auf meine Stoßstange nehmen Die war teuer Meine Stoßstange ist so teuer wie dein ganzes Auto, Junge Wenn dein Auto wirklich 10,33 kostet Kann ich auch mal eine Straßensperre kriegen Aber 22 Minuten schon, Mann Ich muss bald den Part beenden Autsch Kann ich auch mal eine Straßensperre kriegen, bitte? Wird das möglich? Ja, ja, ja Komm Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gekracht Jupp So, ich werde jetzt umdrehen Und zu meinen Freund gehen Wir müssen uns was anderes überlegen Komm nicht vorbei Komm her, Junge Ich fahre hier richtig in die Seite Wir haben Sichtkontakt zu Code 6 Haha Oh, oh, Code 3 Äh, Stufe 3 noch nicht Jetzt habe ich das auch schon mit Code 3 Das ist ekelhaft Das ist so widerlich einfach Komm hier Frisst einen Donut Da bist du auch berüchtigt für Haha Siehste Jetzt ist er am Donut fressen Jetzt ist die Streife weg Komm schon, komm schon, komm schon Ich muss den Part beenden Das wird jetzt zu lange Na gut, 24 Minuten, es geht Äh, Junge An alle Einheiten Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen In östlicher Richtung Auf dem Highway 99 Ihr habt grünes Licht Absperrung des Sektors ist genehmigt So Dann werde ich die Aufnahmepause machen Dann werde ich auch Ihr Charlie 15 Vordere 1085 an Ich bin ganz alleine in diesem Sektor Wir haben ja auch eine kleine Pause mal Hier ist 3 Delta 10 Wir haben hier einen Auf den die Beschreibung Unseres Verdächtigen passt Stand by Werde aber nachher wieder aufnehmen Ja Der Typ ist sauber Wir lassen ihn gehen Wieso habt ihr sauber geschrubbt? Mit Schwamm und Bürste und so Sauber schrubben einfach Aber nicht, dass ihr Aber nicht, dass ihr Ihm einen geschrubbt habt Das will ich nicht wissen Weil wenn ihr Schon von Wenn ihr schon Davon redet Dass ihr dreimal In die Schüssel Gekotet habt Dann Äh Ich will es gar nicht wissen Läuft Okay Du hast diesen Baron Auf dich aufmerksam gemacht Er will unbedingt Gegen dich fahren Also los Das machen wir leider Im nächsten Part Weil der Überraschend lang geworden ist Muss ich mal Oh Alter 26 Minuten Ja Der hat Überlänge So Gut Äh Ich gehe jetzt mal speichern Wie immer Dings haben wir ja alles schon gemacht Dann sehen wir uns im nächsten Dann sehen wir uns im Endscreen Ja Da sind wir auch schon im Endscreen Und Äh Boah Da war ja ganz schön was los Mit der Polizei Also Äh Ja Die hat mich mal gekriegt Ja Das Wird Kann aber Es braucht aber nicht das Erste Mal sein Oder das einzigste Mal Weil Das kann noch gelitten werden Wenn nachher Stufe 4 Und Äh Auf Stufe 5 geht das maximal Oder Keine Ahnung Auf jeden Fall Werden wir im nächsten Part Dann Ähm Baron Herausforder Und Kann lustig werden Ja Mit den Bullen Schrotten Und Äh Dass sie immer Dreimal in die Schüssel Kacken Ich Äh Ich weiß nicht Was ist mit den Bullen Los Ähm Ich weiß nicht Was mit der Polizei Los ist Das Äh Man kann doch nicht In sein eigenes Auto Scheißen Während man fährt Das Das stinkt doch Das ist so ekelhaft Bar Alter Ich meine gut Das Wenn so ein Wenn das so ein billiges Auto ist Dann Weil 10.33 kostet ja Ein Polizeiauto Und so Wenn das so günstig ist Ja Kann ich verstehen Dass man da Einfach mal Weil man Das Auto dann scheiße findet Dass man einfach mal Drei Briketts In den Sessel Dass man einfach mal Drei Briketts In den Sitz drückt Und äh Das kann ich schon verstehen Aber Äh Na gut Alles die was Gut Wenn euch der Part gefallen hat Könnt ihr einen Daumen nach oben geben Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Könnt ihr mich abonnieren Sonst würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und Ciao